Ich hab doch keine Top-Ding-Crabs in Ordnung. Ich hab auch nur noch, ja genau, ich hab nur noch 23. Also, ich bin hier oben auf dem Dach. Ne, warte, ich komm noch kurz und töd dich. Wieso seid ihr jetzt still? Weil Dalu hat mich getötet. Dalu Card! Wo hast du das her? Irgendjemand springt mit dem Haken rum. Nein, der Detective hat den Haken nicht. Das glaub ich dir nicht. Da springt jemand mit dem Haken rum. Ich schieß jetzt auf Dalu. Herzlich willkommen zu Trouble in Terrorist Town. Mit ganz vielen Leuten. Ich hab hier grad mit dem Crabzone 83. Ich weiß eure YouTube-Namen grade nicht alle. Stellt euch am besten selbst vor. Eigentlich heißen wir alle so auf YouTube. Einfach mal Tab drücken, dann sieht man ja alle. Crabzone 83, Quillequalle, MJ, Dalu Card, DJ und Grants. Hallo. Ich bin Detective. Inno. Vertrauenswürdig. Ich bin Inno. Du stehst in der Tür, wo ich durch. DJ hat nen Haken, ich hab's gesehen. Ich hab ne Shotgun. Ah, ich hab auch nen Enterhaken. Ich hab auch nen Enterhaken. Aber ich bin Detective. Wo ist denn da der Haken? Hallo. Was ist los, Crabz? Was ist los, Crabz? Was ist los, Crabz? Wie kommt man da rüber? Nur mit nem Enterhaken. Das ist ja wohl voll behindert. Ist der jetzt das Haus runtergeprungen oder was? Hey, was passiert da? Schieß doch mal. Leben wohl, Crabz. Das hat keinen Sinn mehr. Wieso stürzt ihr euch alle immer vom Haus? Weil ich wieder hochkomme. Kann man als Detective auch nen Enterhaken kaufen? Ja. Ah, okay. Damit's auch fair ist. Damit halt einer den Traitor verfolgen kann. Dafür ist der da. Ich hab Angst, dass Crabz mich mit Objektengeld abhauen. Diese Angst hab ich auch. Ah, ne, Fias. Wo ist Crabz? Also DJ zieht zum wiederholten Mal auf mich. Ich bin nicht mal in deiner Nähe. Okay. Was ist hier los? Was ist hier los? Ich komm auf der Map überhaupt nicht klar. Ich find nie raus hier. Ja, wir sind zufrieden. Darf ich Crabz mit Müller mal töten? Hä? Oh! Oh, oh! Der Quillequalle. Schieß doch. Ich geh jetzt ab. Ich geh schnell rein. Ich seh das. Ich seh das. Ich hab hier unterste. Ich bin runtergeflogen. Okay, ich glaub der andere ist Crabz. Ich glaub der MJ ist es. Alter. MJ ist es. Okay, okay, okay. Ich glaub hier. Da hast du Glück gehabt. Habt ihr da. Der andere ist Crabz. Nein, bin ich nicht. Natürlich nicht. Bin ich nicht. Bin ich nicht. Wer ist denn grad geschossen? Bin ich, bin ich, bin ich nicht. MJ ist safe, ja. Okay, sehr gut. Was mit DJ? Der zielt auf alles. Mit der Schrot. Ich ziel auf niemanden. MJ, MJ. Was? MJ schießt mich vom Dach. Junge. Da hat jemand geschossen. Ah, hier wird wieder geschossen. Was war da oben los? Also ich glaub euch nicht. Ich nehm die Etagen durch. Ich check die Etagen. Crabz. Ich glaub auch, dass es Crabz ist. Wo ist DJ? Nee, 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 nee. Meine Waffe hat jetzt aufgehört. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Das war Granz mit seiner Galio-Waffe da. Da wird doch grad geschossen. Wer von euch hat jetzt geschossen? Das war Granz. Ah, da sind sie ja alle. Das sind sie ja alle. Die Verdächtigen. Spider-Man. Dann spielt hier den Spiderman. Das war keine Pumpe. Das war... Ah. Du hast bestimmt noch die AK gekauft. Der AK war's auch nicht schießen, Rauchbombe gewesen. Wo ist Gwenzel? Der hat geflogen. Der hat geflogen. Oh nein! Uh, das war knapp. Welche... Oh nein! In welcher Etage war die Schießerei? Weiß es nicht. Wer von euch lest jetzt noch? Einer von euch ist es eh. Einer von euch ist es eh. Wer war das auf dem Dach grade bei dir, Crabz? Eh, eh, nur ich bin hier. Ich und ein Stein. Wer war dann noch? Ah, ja nee, mein Freund, der Stein. Ja komm, wir gehen einfach runter und erschießen den. Aber ich muss den Stein mitnehmen. Moment, Moment, Moment. Hat er MJ... Was hat Gwenzel als letztes gesagt? Ich bin runtergegangen. Was hat Gwenzel als letztes? Ich glaube, er hat MJ gesagt. Nein! DJ oder Gwenzel. Geh mal vor, MJ ist runter. Aber es war doch keine Pumpe, die gerade geschossen hat, oder? Nee, MJ geht einfach vor und wir gehen hinterher. Hier ist grad der Aufzug irgendwie. Er kommt dann mit dem Lift, ja. Ja, ja, pass auf, wenn er jallern sollte. Gwenzel auf. DJ ist es. Hab ihn. Nein! Ach, der nimmt mich auf. Moment, jetzt hab ich mich erschrocken, ey. Ich bin nicht erschrocken, ey. Nee, wen hat ich ihn dann da erschossen? Nee, er hat viele Kalle wiederbelebt. Ach so, oh Gott sei Dank. Dann hab ich den richtigen gekillt. Ich dachte schon, es ist nicht vorbei. MJ verarscht mich hier voll. Ich schreie noch wie ein Beklopter. Was hat er noch mal gesagt? Ja, ich dachte MJ. MJ war's auch eigentlich. Ja, so ein J, ey. Aber MJ hat mich auch so ein J. Wieso nennen die sich auch gleich? MJ war der Traitor der Herzen. Ja, genau. So einer bin ich. Ach, der Enterhaken. Die Fias ist bei mir. Du hast die Maps nur wegen den Enterhaken gemacht. Es gibt noch geilere Maps für den Enterhaken, die wir auch schon mal hatten. Eigentlich alle. Außer Airbus. Die Rooftop-Map ist bestimmt cool. Ja, eben. Aber dann sieht dich halt jeder Enterhaken. Ist doch egal. Dafür bist du Spider-Man. Ich bin Detective. Oh Gott. Oh Gott. Na? Ich bin Inno-Detective. Hi MJ. Ich hab's nur in der Farmers. Indosent. MJ, wo bist du? Ich geh jetzt aufs Dach. Also wenn er mich töten wird. Da wurde geschossen. Ja. Ich hab ein Glas mit Shotgun. Natürlich. Ich glaub ich hab Blut gehört. Ich glaub ich hab Blut gehört. Ich hab's Tropfen gehört. Da hat jemand ganz viel Blut hingelegt. Wo bin ich? Der Detective ist dir jetzt übersicher. MJ kauf mir einen Enterhaken und wirf den auf den Boden. Klar. Ja. Natürlich. Ich werd hier verfolgt von Killequalle. MJ vertrau mir Mann. Ich könnt mir doch selber einen kaufen. Ja, ich töte dich nicht. Jetzt töte ich gleich den Detective nur um den Enterhaken zu sehen. Hier hat jemand den Enterhaken? Ja, MJ. Oh yeah. Oh yeah. Seid ihr alle oben? Wenn er stirbt, gehört der mir. Soll ich mal einfach auf ihn schieben? Ich hab hier den Überblick. Ich bin auch mal so ein Enterhaken testen. Ich mein, ich brauche ihn schießen, Dalu? Aber wenn man sich hier rausschwingt, dann droppen die Frames ziemlich. Dalu hat die ganze Garante geworfen. Ah. Krabs war doch verletzt. Dalu hat die Granate geworfen. Ich hab die Granate geworfen. Ich will hier rumschwingen. Ich glaube es ist kein. Er hat ne Brandgranate nach mir geworfen. Nee, Grants ist es. Dalu hat ne Brandgranate geworfen. Ich geh wieder hoch, damit der Detective sehen kann, dass ihr stierst. Gibt noch einer. Ah. Dalu hat ne Brandgranate geworfen. Ist der Detective tot? Warum kommt der ungestraft davon? Halt! Killekalle verfolgt mich. Der hat mich vorhin auch verfolgt. Das ist sehr verdächtig. Sehr auffällig. Wo ist denn der Detective denn beim Detective sehen? Da hat doch was nen Scout geschossen. Da ist die Killekalle. Ich will beim Detective sein, damit er sieht, was hier passiert. Er ist weg. Los. Dalu hat vorhin ne Brandgranate auf mich geworfen. Ja. Aber ich auch schon. Ja, ich hab acht Brandgranaten geworfen. Los, alle nach oben. Er hat das Brandgranatenpack getroffen, das kann man als Traitor. Dalu vernetzt, okay. Da wurde geschossen. Ja, Gramps hat mich angeschossen. Gar nicht. Lüge. Aua! Ich wurde schon wieder mit der Brandgranate von Dalu angetroffen. Da unten. Ja, ihr schießt dich gleich ab, Gramps. Da unten, guck doch. Das war aber nicht meine. MJ. Was? Töte Dalu. Ja, ich bin sehr konzentriert. Ich töte Dalu. Dann tötet ihr doch Dalu. Nein! Nein! Was ist das denn für ein Scheiß? Ja, wenn alle auch der verrückte Typ ey. Es ist normal, dass der Detective nach der Runde Trigger Happy ist. Das ist ein Detektisch mit Format. Also das ist deine Aufgabe. Ich hau jetzt ab ey. Als Detective nimmt, ist dir niemand evil, wenn du Trigger Happy bist. Komm her! Es war schon niemand tot? Komm her! Ich hau jetzt ab. Dalu hat die Faschen ne Bombe gelegt. Ich hab oben ne Bombe gelegt. Das wär voll ungünstig. MJ ist es. Tapp ihn! Der Faschen ist kaputt. Einer hat den Strom ausgemacht. Man kann den Strom hier ausmachen. Ey, was soll das? Geh weg! Halt! Hier ist Kille kann ich schon wieder. Langsam wird's auffällig. Nee, nee. Ich hab mal ein Blut. Ich hab mal ein Blut. Also Willi, der hat ne Traitor Waffe. Willi, der hat ne Traitor Waffe. Willi hat ne Traitor Waffe. Was schattest du? Der Newton Launcher. Ich hab den Newton Launcher aufgehoben. Nicht ins Wundern, wenn ich den jetzt auskomme. Ich hab den von ihm aufgehoben. Natürlich. Ich verdächtige hiermit offiziell Kille Kalle. Hab ich vorhin auch schon. Der hat mich verfolgt. Ja, der verfolgt mich schon irgendwie seit 5 Minuten oder so. Du hast ja eh nen Enterhaken. Bleib mal stehen. Komm her MJ. Nein, nein. Du kannst dich mit dem Enterhaken immer wieder irgendwo dran ziehen. Stell dich mal irgendwo drauf. Und jetzt erschießt du mich. Ja, nein, nein, nein. Pass auf. Und jetzt denkst du den Enterhaken. Schieß. Wieso sind die anderen jetzt schon wieder verschwunden? Ich werf mal eben die Leiche weg. DJ noch da? Ja, ich bin noch da. Okay, DJ. Ich such gerade, ähm, Gwenz und, äh, Kille Kalle. Nefias holst du eher so den Newton und auf dem Dach vielleicht gar nicht schlecht. Aha. Ah, hier ist MJ. Warum schmeißt du ne Granate? Mich zu begrüßen. Immer noch hinter mir her. Was hast du denn gerade versucht? Ah! Nein. Okay, ich bin bei Kille Kalle. Wo ist Renz? Ich hab hier jetzt den Dingens verlegt, damit er mich nicht mehr verfolgen kann. Also wir gehen jetzt erstmal ne Runde nach hier. Ah! Nein! Mach das weg! Auf! Nicht ziehen an der Leine! Nicht ziehen! Ja, das geil ist. So kannst du ja sehen, wo er hinrennt. Ja, ich hab ihn vorhin durch die Wände. Hier. Kann er jetzt auch runterspringen? Ah! Schieß. Da, du hast du gerade... Ja, ja, dann tu ich aber einfach den Enter. Ach so. Alter, ich dachte schon, ey. Verrückter Typ. A schießt hier wieder Dalu. Hier kam ne Granate raus. Hier kam ne Granate hoch. Dalu hat grad mit der Sniper geschaut. Krabs, wer war das? Wer war das Krabs? Weiß ich nicht. Der DJ war es. Okay, es ist Kille Kalle, der DJ getötet. Ich hab's gesehen. Nein, das war nicht. Nicht erschießen, nicht erschießen. Ja, ja. Okay, pass auf. Krabs hat ihn zwar erschossen, aber ich glaube Krabs irgendwie, dass er Inno ist. Ja, ja. Okay, der war Inno. Ja, sonst wär die Runde ja zu Ende gewesen. Ja. Nein, wieso? Wir haben auch noch Grants und Quillequalle. So. Ich hab mich eingebaut. Ihr findet mich nicht. Quillequalle, sag mal was. Hallo. Er lebt also noch. Ah! Hier ist jemand gestorben! Irgendeiner ist tot! Alter, der ist vom Fahrstuhl getötet worden. Langsam wird's auffällig. Ich glaube, es ist Krabs. Nein! Ich glaube, es ist Krabs. Ich weiß, dass es Grants ist übrigens. Aber was ist hier passiert? Da liegt der Enterhaken! Ich hab'n Enterhaken! Ich glaube, es ist dann nicht Krabs, sondern Dalu. Ich hab ihn aber nicht erschossen. Au. Ah! Der war's? Krabs, ne? Ja! Ich wurde vom Fahrstuhl erschlagen. Ich hab'n das C4 scharf gemacht und wollte's eigentlich hochfahren wieder. Aber das geht ja gar nicht. Oh Mann! Bist du da oben mal die Chance hattest, den Newton-Launcher rauszuholen, ne? Und dann kam doch einer wieder hoch. Verdammte Scheiße! Der Newton-Launcher ist wahrscheinlich gar nicht verfolgt. Ich seh' alles. Den nutzt auch keiner von uns. Hätt' das geklar so'n bisschen. Wäre da schon interessant gewesen, weil den Newton-Launcher den nutzt keiner. Doch ich! Du triffst aber nichts. Das ist der Name. Da könne man sich mit nem Enter-Haken an so'n Teil festklammern und das mit dem Newton-Launcher wegschießen. Ich glaube es ist Nephias, er war im Traitor-Menü grad. Ja, ich bin im Preparing-Menü. Ja, ich bin auch grad im Traitor-Menü. Allein im Detektiv! Wenn ich jetzt sterbe, ist es Craps! Irgendjemand zählt auf mich. Ich weiß es genau. Aha! Hier! Wenn ich sterbe, ist es Craps! Aua! Warum hast du mich? Ich hab dich gar nicht getroffen. Ja, stimmt! Du hast das Wort! Ganz was verdächtig! Allein mit deinen allen! Hier kommen 5.000 Leute entgegen! Guten Tag! Craps hier! Wie man immer in Detektiv mit seinem Enter-Haken will! Oh, er fängt schon wieder mit Steinen an! Dalu ist Detective, das kann ja nichts werden! Dalu hängt zwar die Runde, aber dafür sind alle tot! Ja, dann springst du runter! Nein! Hör auf! Dann kannst du ja nie nachkorrigieren! Damit wirfst du auch hier! Schieß mich mal! Los! Wo bist du? Okay, und jetzt geh ich einfach ins Haus und du bleibst dran und springst jetzt außen runter! Total blöd! Bis am Fenster! Bis am Fenster! Ich glaube es ist MJ! Warum? Weil er den Detektiv töten will! Ja, warum will ich ihn töten? Er hat mich an der Leine! Du willst jetzt gleich, dass er runterspringt und dann schneidest du einfach das Seil durch? Tötet wahrscheinlich jemand mich! Und dann stirbt er! Jetzt ganz runter und dann kann er nicht nachkommen! Moment, habe ich da oben auf dem anderen Dach jemanden gesehen? Ey, da ist er! Er fliegt! Ich bin der Detektiv! Ne, hier ist niemand! Ich check hier noch! Doch, ich hab das gesehen! Ich bin bei Granth! Ich hätte Arno schon längst töten können von dir! Ich hätte Fohlen Dings töten können! Allein mit MJ und DJ! Ich sehe euch! Allein mit den beiden Jays! Spiderman! Spiderman! Hier piepst was! Hier ist irgendwo ein C4 gelegt worden! Ich guck mal, was hier unten abgeht! Was ist hier los? Das sind die beiden Traitor! Ja! Stopp! Nein! Irgendwo liegt eine Bombe! Irgendwo piepst! Oh Gott! Hier geht irgendwo nicht mehr an! Wo kriegst du immer diese Schmortflinten her? Ja! Ich find die! Ja! Wow! Sag ich doch! Sag ich doch, dass hier ne Bombe liegt irgendwo! Hier sind... MJ ist rot! Alter! Hier sind auch welche? Okay! Ist nur MJ gestorben! MJ und Grants! Ja! DJ ist es! Diesel! DJ! Oh Gott! Ja! Hallo! Können doch nicht alle ruhig sein! Können doch nicht machen! Hallo! Hallo! Ich will den wegschaffen! Warum? Am besten aufs Dach! Damit der Traitor die nicht... Wie viele sind da oben? Da ist keiner oben gewesen! Echt? Wo sind die anderen denn? Haben sie sich versteckt? Ah! Ich wollt grad gucken! Dalo war Detektiv! Ja! Die anderen haben hier nicht versteckt! So genial! Ach man! Wer hat die gelegt? Wer hat die gelegt? Ich bin genau in die Inklusion geflogen! Wer hat die gelegt? Ach du bist reingeflogen! Ich dachte vielleicht das hätte irgendwie das Weil durchtrennt! Die hab ich gut gelegt oder? Ja! Die war echt gut! Ich wollte grad rein ins Fenster und dann bin ich wieder rausgeflogen! Also nach der Bombe haben nur noch drei Leute gelebt! Ja! Wie sich gesehen hat, dass Dalo Detektiv ist! Ja! Und zwei waren beim Tracer! Ja! Eine Diegel! Nefias hast du eine Diegel? Gibt Dalo nie ne Diegel? Nefias? Ich hab das letzte Mal! Ich hab das letzte Mal Dalo ne Diegel gegeben und die Runde war nach 10 Sekunden vorbei! Er hat einfach nur einen Schuss, einen Kopfschuss und hat alle selbst eben schlimm! Inno! Nefias? Nein! Nefias hast du ne Diegel? Nein! Auf Quillequalle! Ich bin Inno! Du kannst mir vertrauen! Den Nächsten den ich seh hau ich mit der Brechtleine! Das ist ja ein bisschen offensiv! Quillequalle! Quillequalle! Lassen sie mich in Ruhe! So jetzt will ich auch diesen blöden Haken ausprobieren! Ist ein Inno auf dem Dach deine Diegelhand? Was kann man ja? Ne! Ich hab nur eine Pistole! Scheiße! Wo ist hier noch einer, der den Mordfall sehen kann? Wer den Femme schockt kann und verfolgt! Raps? Raps hier mit der Schwurt? Ich hab Dalo getötet! Gwenz war's! Gwenz muss es gewesen sein! Gwenz muss es gewesen sein! Wer ist der Detektiv? Ich bin der Detektiv! Ich bin der Detektiv! Ich bin der Detektiv die ganze Zeit! Ich bin der Detektiv die ganze Zeit! Hütte sich von mir fernen! Willequalle! Achso! Alle kaufen die Dinge! Der Detektiv geht jetzt, ob er diesen Haken probieren will! Gwenz! Ja? Wo ist die Leiche von Dalo Gwenz? Hab ich gegessen! Mit Kannibalismus! Was? Man kann die Leiche aufessen! Die ist dann weg! Die war sehr schmackhaft! Ist die dann weg? Man weiß es nicht! Eilt man sich dann auch noch oder? Ja! Ey das ist ja voll geil dieser Haken! Gell! Haken dich mal an mich! Das sieht so verbuggt aus! Wenn ich dann ins Haus lauf! Das ist so blöd! MJ und Krabs sind hier! Ja! Gut! Ich glaube es ist Krabs schon wieder! Nee! Wer ist da dreimal zurender gewesen? Williqualle ist Hurt! Das ist schon verdächtig! Laken jetzt zur Bestätigung mit der Krober! Ich geb dir nicht den Enderhaken! Verdubter Typ! Natürlich lebe ich noch alle! Hans wollte mich ja schießen! Jetzt wurde ich mit der Krober angeschlagen von MJ! Ich muss mein Karma doch wieder abbauen! Irgendjemand hat grad... Ach gut! Ich glaube sogar MJ ist es wirklich! Du bist es bestimmt! Glaube ich auch! Der hat dir jetzt schon das zweite Mal so ne olle Granate geworfen! Der Detective! Oh mein! Was ist mit mir? Darf man MJ töten? Hey! Ihr habt keine Beweise gehört! Wo ist der Detective denn? Dahinten! Der spielt einfach nur der Detective! Irgendjemand hat den noch mit der Krober geschehen! Der Detective spielt einfach nur! Der Detective sucht, muss immer nur aufs Dach gucken, wer mit dem Enderhaken rum spielt! Der Detective, wir hätten hier fast einen Mordfall gehabt! Wer war das? Dalu! War Dalu! Der war's! Nein, der war's nicht! Alter, da oben eskalieren ja alle! Bin ich jetzt allein mit den... Wieso ist der... Hä? Wieso ist der Dingens tot? Wer hat denn den Detective getötet? Hä? Es leben doch noch mehr als ich! Ja! Also! Nur noch die Traitor oder wat? Ich schieße alle, die an meiner Barrikade vorbei wollen! Ich schieße alle, die an meiner Barrikade vorbei wollen! Da sind sie! Einen hab ich! Wird sich der andere auch noch hierher trauen! Ich schieße alle, die ein bisschen… Ich schieße alle, die ein paar Minuten... Ich schieße alle, die ein paar Minuten zu sehen! Ich schieße alle, die einen Wo bist denn du? Versteck mich. Auf dir ein Radar. Mach mal Piep. Piep. Wenn ich auf der Map klarkommen würde. Wo bist du? Oben, unten. Ich bin in der mittleren Etage. Scheiße. Moin. Scheiße, Mann. Ich habe keine Muni mehr. Waffenstillstand. Waffenstillstand. Sorry, DJ. Ich war es nicht. Auf einmal flog der Enterhaken ohne Spielerhosen. Das habe ich wegen der Karma verloren. Du wolltest nur meinen Enterhaken. Ja, das war der Master. Wer war denn jetzt überhaupt Traitor? Krille, Qualle und Nefias. Krille, Qualle und ich. Ja, die hat mich von Anfang an verdächtigt. Ja, ich glaube. Auf einmal haben alle auf mich geschossen. Ich hatte ja nicht mal mehr eine Chance, was zu sagen. Auf einmal eskalierte alles. Ich habe aus so vielen Richtungen Kugeln abbekommen. Der hatte jetzt in der Detective abgeschossen. Das sah aber sehr gut aus. Inno, Inno, Inno. Oh, Gramps. Hey, ich bin Detective. Ich wurde geschlagen. Hört es alle. Jetzt sind hier mit Efeas und Darlukat. Darlukat ist crude, steht da. Was zur Hölle? Lass mich jetzt. Ich will da hoch. Ja, keiner mehr. Wo geht es denn hier weiter? Hier geht es nicht hoch. Hilfe! Das Gebäude brennt. Es ist ein Notfall. Ich habe es gesehen. Okay, es ist Darlukat. Ich habe gar keinen Haken. Ja, viel Spaß damit. Oh, hier wurde was geworfen. Oh, das ist eine Brandgranate. Du kannst mir vertrauen. Gib mir den Enterhaken. Ich habe den nicht. Schau auf ihn. Kauf mir nicht so eine Scheiße. Gib ihn. Okay, Vorsicht. Es wird jetzt einen Random Kill geben. Darlukat spielt heute nur für den Enterhaken. Warum wird es jetzt einen Random Kill geben? Darlukat ist doch gar nicht Detective. Grenz hat die Steine hier ausgepackt. Da wurde getroffen. Ah, wir sind sechs Leute oben. Alle oben bleiben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Bin ich auch noch. Wir sind fünf Leute oben. Einer ist tot. Das heißt, zwei Traitor sind unten, oder was? Nee, nee. Wir sind überall Blutsp... Hier ist ein Backstein mit Blut dran. Es ist nur noch eine Person unten. Ja, und die Person, die uns unnetzt ist, ist auf jeden Fall schuldig. Blut im Treppenhaus, Leiche 1. DJ ist es. Boss. Nephias. Aber wo ist DJ? DJ? Ich glaube, Krabs geht immer so komisch auf den Detective zu. Ja, weil ich... Hallo? Dann geh ich wieder nach oben. Ich bin allein auf dem Dach mit Krabs. Ja. Ich schlage jetzt mit dem Steil. Ja, ich hab's gesehen. Ich geh hoch, Leute. Lass mich hoch, er hat eine Shotgun im Treppenhaus. MJ. Wer war der erste Traitor? Also Killikalle ist clean. Oh, das war Grenz. Wo ist DJ? Er flieht vor mir, weil ich so gut bin. MJ, hau doch mal ab. Ich hab ihn ausgelutscht und hab dafür noch einen Credit bekommen. Pass auf, pass auf. Krabs, MJ und Dalu leben noch. Ja, und ich wurde angeschossen. Auf 20 HP. Ja, eben. Dalu ist es nicht. Das heißt, MJ oder Krabs. Ich bin's nicht. Dann töte den anderen. Dann kann ich auch sagen. Ja, aber MJ verfolgt mich die ganze Zeit. Wenn ich meine Waffe wegwerf. Bin's nicht. Ihr Smoke Grenade. Das ist keine Smoke Grenade. Das sehe ich noch am Rand. Das ist der Rauch. Er hat eine Brandgranate geworfen. Ist der Rauchgranate. Ich eskaliere jetzt und töte alle. Nein. Misch nicht. Ja, richtig. Grenz. Ja. Ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Krabs, lebst du noch? Ah, was war das? War das eine Bombe? Immer noch. Okay, die Bombe hat Dalu erwischt. Das heißt, ihr seid die beiden Letzten. Duelliert euch. Wo ist Krabs? Krabs ist es. Krabs ist auf dem Dach. Du kannst, selbst wenn du mir in den Rücken schießt, wirst du sterben. Weil ich bin... Ja. Detective Traitor. Bin's ja auch nicht. Halt. Krabs ist runtergegangen. Er hat, glaube ich, den Teleport. Okay, mach's gut, AJ. Marv ist da. Guten Tag. Hi, Marv. Okay, es ist, glaube ich, doch Krabs, weil er traitert hier rum. Traitert hier rum? Aber Achtung, nicht, dass er DJ wiederbelebt. Nein, macht er nicht. Ich habe ja meinen Teleport extra bei DJs Leiche hingesetzt. Deswegen bin ich da ja schnell hingegangen. Krabs ist hier. Sehr gut. Alter, wie hast du denn ein bisschen geschossen, ey? Was hast du denn? Ja, das hat mich auch gewundert, dass das so schnell geht. MJ ist es. Der Detective ist... Bis jetzt wurde ich noch nie erschossen. Ich bin nur durch Bomben gestorben. Ich wurde noch nie Traitor. Das ist gut, ne? Ich kann das voll. Bomben legen ist voll mein Ding. Mir ist bei Grabs die Munition ausgegangen. Auf der Map geht es aber auch echt gut, weil die so verwinkelt ist. Ja. Vor allem halten sich alle eh immer auf eine Etage auf. Auch im Kampag. Ja. Ich bin ja immer der Einzige, der die Dinger überlebt. Paul, ich habe nur ein Rifle. Was soll man damit denn bitteschön machen? Eine Rifle habe ich noch nicht, aber ich suche auch nur eine Deagle. Ja, ich habe auch gar nichts Gutes. Dalu, ich habe einen Fisch. Dalu ist bei mir. Jetzt bin ich auch noch Trader. Die Jäger hat die Deagle aufgehoben, die da immer liegt, ey. Marv, kommst du jetzt rauf, oder? Ja. Ach, da bist du schon. Alles klar. Wer ist hier im Lift? Ich gehe rein. Tschüss. Allein mit Dalu, wenn ich jetzt sterbe. Allein mit Guns im Lift? Oh, DJ ist hier, DJ ist hier und MJ. Oh Gott, oh Gott. Oh, wir fahren ja noch gar nicht. Man, du hattest doch gar keinen Terror machen. Natürlich. Wieso fährt der nicht? Jetzt fahren wir los. Jo. Ihr macht hier Party. Auf einem Fleck. Willst du noch weiter runter? Ich gehe weg. Weiter runter. Und ich komme back. Ich bin wieder hochgefahren. Granz ist in der Mitte ausgestiegen. Guten Tag. Ey, was macht ihr denn? Lasst mich doch mal raus. Das ist der Detective, der möchte das so. Ich will eine Shop. Grabs steht hier in der Ecke und beobachtet. Ja, ich gucke jetzt, ob die Bomben liegen. Granz arbeitet hier in dem Büro. Och, guck mal. Diegel drin. Marv guckt zu, das ist bestimmt spannend. Ehrlich, keine Bomben. Ey, du Sack ey. Jetzt, wie lange. Kann man den wegschieben? Mach nochmal, mach nochmal, warte, komm nochmal her. Dann schiebe ihn nochmal. Ne, du kannst ihn ja selber dann wieder. Achso, ja, okay. Ist schon irgendjemand gestorben? Das wäre sonst geil. Nein, ich glaube nicht. Eingesperrt im Büro. DJ? Ja, mit der Sound. Alarm da. Ganz ungewohnt. Alarm. 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 Hier wird gesniperrt. Er hat auf mich geschossen. Ich hab nicht auf dich geschossen. Hier wird gesniperrt. DJ läuft mir da. Hört sich anders an, wenn ich schieße. Oh, hier sind alle da. Ah, Daniel. Oh, jetzt ist die Jallerbombe und dann war's das. Das ist nicht Jallern hier. Ey, er hat mich, unten hat mich mit der Crowbar geschlagen. Werdet jetzt alle Stern. Nein. Der fährt mit dem Lift hoch. Der, der mich mit der Crowbar geschlagen hat, fährt mit dem Lift hoch. MJ ist es. Also bist es du. Ah, Nephios. Ihr ist direkt bei mir. Ja, hi. Ihr wurd geschossen. Ich bin ne Scout. Ich hab ne Scout, ich bin aber allein auf dem Dach. DJ hat auch ne Scout. Ich suche immer noch den Crowbar-Mörder. Ja, Nephios kann gerade aus dem Vorschulhaus logisch. Wer hat mich denn gecrowbart? Irgendeiner hat mich mit dem Hinterkopf mit der Crowbar geschlagen und ist dann abgehauen. Hier ist MJ. MJ kommt zu mir, weil er weiß, dass ich alleine bin. Hat geschossen. Alarm, er rastet aus. Nephios ist es. Ah. Ich hab ihn, ich hab ihn. Er war Traitor. Alter Schwede. Und DJ ist auch tot, aber auch mal ganz ehrlich. Das heißt, es ist MJ oder Dalu. Ich würd ihn ja vom Dings schmeißen. MJ oder Dalu, ihr könnt euch trülieren. Ja, genau. Dann schießt du gleich den Hinterkopf. Nein. Da sind sie. Da kommen sie. Ja, aber Krabs doch auch. Ja, aber Krabs ist safe. Ja, aber du doch nicht. Doch. Warum bist du singen? Bei mir steht Innocent, T-N-E-C-O-N-N-I. MJ, töte Dalu. Ey, guck mal wie lang, nein, nein, warte mal, wir töten mal Grants. Nein, Krabs. Nein, Krabs, du schießt auf mich. Ich hab nicht geschossen, Alter, das war ne Scout. Das war Dalu. Ja, ich hab auf Grants geschossen, weil ich ja auch Grants töten will. Warum willst du Grants töten? Nur weil ich dich mit der Krober gehauen habe. Weil Grants hier sagt, wir beide sollen uns duellieren und er hat mich mit der Krober gehauen. Ja, ich hab doch keine Chance gegen Krabs. Ich hab auch nur noch, ja genau, ich hab nur noch 23. Also ich bin hier oben auf dem Dach. Okay, warte, ich komm kurz und töd dich. Wieso seid ihr jetzt still? Weil Dalu hat mich getötet. Da, Luca! Wo hast du das her? Irgendjemand springt mit dem Haken rum? Nein, der Detektiv hat den Haken nicht. Das glaub ich dir nicht. Da springt jemand mit dem Haken rum. Ich schieß jetzt auf Dalu. Ist es Dalu? Irgendjemand hat den Haken, der ist es doch sowieso. Wo ist der Haken, man? Dachrad wurde im Haken. Da ist er, Dalu schießt auf mich. Wo ist der Haken? Hä, es ist es. Wo ist der Haken an der Geschichte? Leute, ich komm wieder hoch. Ich auch. Ich bin schon oben, wo bist du? Ich glaub, die sind alle tot. Ja, fast alle. Ich seh da noch einen, aber dann hau ich nochmal ab. Oh come on. Oh kacke, der hat gesessen. Scheiße. Das sah so gut aus, wie Dalu neben Grenz das Haus hochgeklettert ist. Ja. Ich wusste, dass es Dalu ist, ey. Wieso hast du mich einfach randommäßig gehauen am Anfang, ey? Nur so just for fun. Ich hab die aber auch nicht bekommen, ich wollte dich direkt dafür erschießen. Also hab ich gesehen, dass ich das war, oder? Ja, den Namen hab ich nicht gesehen. Deswegen. Ich bin einfach schnell mit dem Fahrstuhl und bin dann aufs Dach gegangen. War das immer noch 30% wegen Traitor gut? Also es könnte zu viel sein. Ne, passt. Einfach mal. Du mal sicher. Passt. Also ich bin jetzt auf jeden Fall auch dabei. Ja, sind aber nur 2,4 dann. Willkommen, willkommen. Okay, das reicht mir jetzt. Killekalle, so geht's nun. Weck ich nicht. Was denn? MJ verfolgt mich, aber ich hab ne Diegel diesmal. Ich kann mich verteidigen. Oh, Inno. 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 Ich bin Inno. Ich bin Detective. Ich schieß wie wild rum. Oh, ne Brandkanate. Halt, es ist wirklich Killekalle. Ich schau doch nicht wie wild ab. Töd dich jetzt, damit ich den hake. Jetzt hau ich wie wild ab. Ah, Marf ist hier. Killekalle, zielt auf mich. Ja, ich will den haken. Ich brenne. Ah, ich brenne. Ich bin heiß. Was hast du dazu zu sagen zu der Brand-Explosion hier oben? Ich wollte die Tür sichern, damit du sicher hier oben warten kannst. Die Detective, ich möchte offiziell Killekalle anschuldigen. Wer rennt hier Eis und Brennen? Hier brennen zwei Leute. Halt, bitte nicht töten jetzt. Ich mach mir grad ihr Bier auf. Das ist mir zu riskant. Wir sehen uns. Einfach das erste, was er sich kauft. Juhu. Also ich würde es mir auch sofort wieder kaufen. Wieso seid ihr alle gehört? Die J. Die J. Die J. Er ist runtergefallen. Alter, warum versuchst du wieder mich zu hauen? Weiß auch nicht. Dengel. Also die J. Ich will auch mal tot werden. Ich war noch nicht weiter hier, ey. Ich hab hier Aggressionen. Ist er tot? Ist er jetzt gestorben? Ja, oder er hat den Haken. Ich durchsuche die Leiche. Aber als er runtergesprungen ist, hat der ja noch keinen Haken. Wo ist er runtergefallen? Wo ist er runtergefallen? Wo ist er runtergefallen? Ja, an der Ecke. Ich seh seine Leiche. Ich geh diesmal checken. Ich glaub es ist Marc. Ich bin gleich unten. Ich hab ihn gleich. Ah Nephias zieht mit der Sniper auf Dalu. Ich hab ihn. Er war Inno. Alter. Er lag unten auf der Straße. Ich glaub Nephias ist es. Ich glaub es ist Killing. Nur weil ich runtergeguckt hab. Bitte Sniper, da wo Dalu hin ist. So. Unten liegt ein Eno. Aber Grenz will hier eh wieder alle mit der Crowbar angreifen. Wenn du mich mit der Crowbar schlägst. Ich schubst Dalu jetzt runter, Leute. Oh nein, Grenz hat mich geschubst. Sie hat die Crowbar. Und ich hab ihm vorher extra das Ding jetzt geklaut. Das funktioniert nicht, wenn du den Haken hast. So, geh mal wieder hier alle runter. Damit es unauffällig geklaut werden kann. Äh. Hier liegt C4. Hier liegt C4. Hier liegt C4. Wo? Der rote Draht. Wo es auch bei den letzten Runden lag immer. In diesem kaputten, dreckigen Gang. Ja alle hin. Dann ist es dann wieder Krabs. Nein, will ich nicht. Wie geflusst man das Dalu? Das ist Krabs. Hat er eh gedrückt halten und dann den roten Darm durchschneiden. Oder ihr tötet Krabs. Durchsucht seine Leiche und dann steht da welcher Draht der richtige ist. Hast du? True Story. Bille Qualle. Ziel. Okay. Wo ist denn die Bombe? Ich dir. Möchtest du sie wieder scharf machen? Ja. Was machst du da? Quillequalle in welchem Menü bist du da gerade? Wieso? Im Detective Menü. Ich glaub Quillequalle ist Traitor. Ja glaub ich auch. Warf hat den Dings, die Traitor Waffe und... Wer schießt der jetzt? Ich geh gucken. Was ist jetzt eigentlich mit der Bombe? Der ist defused worden. Warf lebt noch. Krabs lebt noch. Ja. Ah. Wer wurde da beschossen? Hier im Büro wird geschossen. Wow was fließt denn hier? Hier ist jemand gestorben. Ich glaub Krabs war es. Hast du ihn erledigt? Ja. Hier ist doch gerade jemand gestorben oder nicht? Hey schön ruhig bleiben Granz. Hier ist auch... Doch hier ist irgendwo jemand drauf gegangen gerade. Du mir auch. Ich hör hier noch... Ich hör aber sonst niemanden in dem Büro. Hier piept's irgendwo. Das gibt's doch nicht. Wenn's irgendwo piept muss ich abhauen. Ich bin schon wieder an der Bombe schwer. Irgendwo unten. Ist mir sowas von egal. Ich überleb die Bombe. Und piept's. Wow. Wow. Dummer. Sehr dank bin ich rüber geflogen. Boah an Krabs. Krabs und Marv nie wieder vertrauen. War schon... Das war doch gut. Nee ich war auch einer. Ich hab erst die Bombe durchgeschnitten dann war sie weg. Und auf einmal hat Marv den... Dann kam der erste und ich hab mich erschossen. Dann hab ich sie wieder scharf gemacht. Dann kam der zweite und wollte ihn schärfen. Dann hat Marv die Traitorwaffe in der Hand und dann war zu spät. Ah. Und dann hat Krabs mit den Arsch geschossen. Wie bitte? Will auch mal Traitor werden auf der Map. Ich war glaub auch noch nicht. Ah warte hier liegt ein Deagle hoffentlich. Die liegt immer... Vorsicht. Vorsicht ich muss hier runter. Ah. Wer hat die Deagle? Danke. Marv hast ein Deagle für mich. Wenn du Inno bist und ich auch. Dann gibst du mir die. Ich bin Traitor. Und wir so beide Inno-Centraler. Ich bin Inno. Gleich ist die Inno. Warum bin ich die Traitor? Ich bin sowieso der einzigste der die gefährlich werden kann. Hey Marv, das verletzt mich jetzt aber. Du hast noch einen Deagle? Ja. Okay. Gimmst du mir die? Oh. Beim letzten Mal. Beim letzten Mal warst du dann Traitor. Und hast uns alle überlaufen geschossen. Ah. Das ist Unschlagen. T-M-E-C-O-N-R. Ja genau. Das kann sich ja jeder aufschreiben. Aber hab ich nicht. Aber falls du Traitor wirst, ich töte mich als letztes. Wer ist Detective? Der DJ. Ja genau richtig. Hast du dir den Grapple gekauft? Der DJ springt dir schon munter über die Lächer. Okay. Ist er sonst wo. Der Dalu ist. Ja Dalu ist bei mir. Der wurde irgendwo geschossen. Der wurde irgendwo geschossen. Unten wurde aber einer erschossen. Bist du tot Detective? Ach schade. Oh. Mafievne Granate. Wenn das ne Dyscompulator ist, dann fallen wir hier vom Dach. Oh my god. Killequalle, Grant sind hier unten. Ja Killequalle führt hier immer mit dem Schilde. Hier liegt der Diegel. Gleich mal neben. Halt. Bleib da drin. DJ pass auf ey. Bleib da mal kurz. Nee. Mich als Lerks. Wenn ich mich runter ziehe. Das ist ja cool. Ah. Ich glaube es ist Killequalle. Ah. Ich hab den Detective erledigt. Ist er tot? Ja. Ich hätte jetzt sagen können. Der cheatet nur. Boah hier. MJ. Mach's. Guten Tag. DJ. MJ ist es. Killequalle ist es. Killequalle ist es. Verweiter, 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 verweiter. Ihr hattet irgendeine Fasche runtergerufen. Alter. Geht da nicht hin. In die Ecke. Wer ist das? Man. Alter. Wer schmeißt denn die ganze Zeit Kackgranaten? Maf, ist das nicht die andere Diegel, die du da hast? Was war das für eine Diegel in deiner Hand? Was war das für eine Lache vor allem in der Nacht? Was habe ich denn da in der Hand gesehen? Ich bin der Einzige, der sie sich leisten kann. Maf, wir haben gesagt, der bleibt in der Hose heute. Jo. 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 Meine Golden Gun. Oh Mann. Hier, ich werde verfolgt von Nathias mal wieder. Ah, DJ haut ab. Hä? Wo? Wo warst du? Smoke Grenade. Marv ist bei mir. Jo. MJ ist bei mir, der hat auch nen Haken. Der hat auch nen Haken? Ja, der hat nen Haken. Scheiße. MJ hat nen Haken, Leute. Fias hat glaube ich auch einer, der verfolgt mich hier. Ey, ich hab den Haken, der lag ja wo? Ja, Nephi, das hat mich eben auch verfolgt. Ich hab damit nix zu tun. Wo ist MJ denn? Ist er tot? Hau ab, Krabs. Krabs, was machst du da mit den Leichen? Was, wieso hast du die nicht durchs Sucht, Krabs? Hab ich, Krabs. Okay, Krabs ist zum achten Mal Traitor in der achten Hose. Ja, genau, richtig. Achtmal hintereinander, oder was? Hast du den Traitor-Hack aktiv, oder was? Moment, DJ ist der Detektiv. Wo hat MJ den Haken? Wo ist DJ? Der Detektiv war ja drüben. Halt. Stop. Ich bin verwirrt. Ich weiß nicht. Also ist MJ, MJs Traitor, ja? Nein? Warum schießt er auf mich? Weil du, der kackt leider den Typen da ab, ey. Ich glaub, Marfl legt ne Bombe. Wenn er jetzt hier nochmal hochfliegen, schieß ich ihn ab. Piep, 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 piep. Ja. Ja, oder die Disco-Front gleich von der anderen Seite geflogen, oder so. Hier ist MJ, er mies verwundet. Schieß ihn doch ab! Er schießt auf MJ! Natürlich schießt er auf dich! Er war Traitor! Wie unerwartet! Wie unerwartet! Wie unerwartet! Was ist mit... Oh Gott, einer von euch dreien ist hier auch noch... Ich bin Inno! Ich bin Inno! Ich glaub es ist Marv! 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 Der Traitor hier wiederum! Ich hör doch nen Haken fliegen! Jaja, den hat jetzt einer von MJ aufgehoben! Ja, ich hab den! Den hat er bestimmt vorher schon! Auf mir den noch nicht! Ich hab jetzt nen Doppelhaken! Ist doch es ist Marv! Marv hat auf mich gezielt! Ja, du hast den Haken gemacht! Mach dich sehr verdächtig! Ich bin hier oben! Traitor, mach was rundes! Vielleicht gleich! Wo ist denn der Detective? Halt, warte mal! Ich glaub, Krabs legt schon wieder ne Bombe unten! Nein! Aber ich bin unten! Da hast du recht! Warum? Aber ich hab keine Bombe gelegt! Weil ich eigentlich den Dings vom Dach werfen wollte! Den Traitor! Aber ich find den nicht! Krabs hier mit der Shotgun auf mich! Sehr verdächtig! Weiß jemand wo der ist? Ich will den vom Dach werfen! Ja! Da drin! Da Luis hier! Er hat da geschossen! Alles Gute! Er hat da geschossen! Grants! Ja, ich lebe noch! Ich lebe noch! Marv! Du hast gerade geschossen! Bist du boundet? Warum bist du verwundet? Ja, weil ich mich doch mit MJ duelliert hab! Ich glaub du was gerade nur hört! Die Frage ist, warum duellierst du dich mit MJ? Weil er Traitor war! Ich such ihn doch! Da ist seine Leiche! Krabs will sie wiederbeleben! Nein, will ich nicht! Marv ist Traitor! Geht mal alle weiter auseinander wegen der Bombe! Okay! Wenn ich Marv sehe, schieße ich! Warum? Aus welchem Grund? Weil Daluk hat gesagt, dass ich bin Traitor! Ja, ich vertraue Daluk! Allein bitte! Was war die erste Regel, die ich lernen sollte? Niemals Daluk vertrauen! Muss ja gleich schon so lachen! Komm aufs Dach! Ich warte auf dich! Hallo Marv! Wieder die Bombe! Ja! Okay! Ja, es ist Marv! Da wird geschossen! Nefer hat geschossen! Ich dachte es ist Marv! Ne, warte mal! Marv hat gerade mal getötet! Warte Moment! Krabs, Krabs, sag mal was bitte! Ja, ich bin hier! Ich lebe noch! Ich glaub es ist Marv! Krabs oder Marv! Der hat vor meinen Augen hier Grabeen getötet! Ich weiß nicht! Können wir nicht beide töten? Nein, tut mich nicht! Und dann ist es Daluk! Ich seh's schon kommen! Wollen wir erst alle zu dritt Daluk töten? Nein, Krabs hat mir... Ja, er ist Daluk töten! Nein, nein, Marv ist es! Er ist Daluk töten! Es ist Marv! Krabs, wir beide gehen auf Marv! Ne, ne, ne! Marv schießt auf mich, Leute! Ich guck mir das an! Was soll ich denn jetzt töten? Krabs, wir sind ein Team! Nein, Krabs, wir gucken zu! Da wurde Krabs schießt! Ja, genau! Richtig! Nein! Es ist Grenz! Es ist Grenz! Das ist doch nicht wahr jetzt! Halt, Krabs schießt auf mich! Ich weiß es nicht! Hilfe! Hilfe doch mal, Mann! Nein, du bist es! Ich bin's nicht! Du bist... Ja komm! Er ist oben hinter der Ecke hat sich weg teleportiert! Er ist nach unten gegangen! Wer war das denn?! Wer hat der denn her?! Ah, ich bin's mit mir! Ich bin's mit mir! Du hast ja niemals Daluk vertrauen! Ich war doch Inno! Dalu war Inno! Ja! Ich war Inno! Achso! Wieso hast du mich denn getötet? Du bist am Anfang keiner gemerkt haben! Ja! Wenn ich doch nicht mehr wusste, ob du und ein Krabs Traitor sind! Was ne Runde, ey! Ich hab ja von anderen Typen getötet! Ja, aber es war in der Situation nicht mehr so gewichtig! MJ geht mit dem Traitor Haken hier in den Zeck hinterher! Er hat mir ne Diegel gegeben! Mit der er am Ende erschossen wurde! Ja, ich hab doch gesagt, nicht als Letzter! Auf einmal kommt da noch einer um die Ecke und das war Krabs nicht! Ja, MJ hat belebt! Ich hab doch gesagt, Krabs belebt ihn wieder! Die sind ja aber alle so, nein! Krabs doch nicht! Der legt nur Bomben! Ich hab doch extra geguckt, ob mir einer hinterher rennt! Das ist doch keiner! Und ich bin diesmal kein Traitor! Ey! Mach doch mal Platz! Okay, DJ hab ich schon, irgendwie wir! Woah! Alter! Wer nicht sterb ist, ist DJ! Einer ist schon tot! Einen habt ihr schon runtergekickt mit der Insti-Grenade! Die Insti-Grenade macht doch Feuer! Dann war das der Disco! Wer fehlt denn? Ich glaub Nephi! Das war bestimmt Dalu! Der ist eh schon cool! Halt, glaub noch! Stoff! Wahrscheinlich ist er ihm nur und war's! Ist der Detective noch am Leben! Dalu muss nicht lachen verkneifen! Das war bestimmt sein, den man hat! Durchsuchbar die Leiche da unten! Dalu! Der Detective ist bestimmt tot! Nein! Was weißt du denn? Wie fandest du denn wieder an der Führung? Dalu! Ja! Er schlagt dich jetzt mit dem Stein! Alter, warte ich mich so runterzuschubsen! Wer wohl, ey! Dalubert Dalu-Grenade, ey! Das ist schon wieder ne Granate gewesen! Dalubert Duck! Dalubert Duck! Dalubert Duck, ja! Könnt ihr mal mit den Steinen irgendwie weggehen? Buckstein! Stoney Gangbang, ey! Ich bin Detective! Ich weiß! Detective Trader! Vorsicht, ich erschieße jetzt Marv! Was für! Warum erschießt Marv? Warum erschießt Marv? Waker Strikes Back! Aber Marv halte mich mit dieser... Große Dutze! Glauben wir rein! Oh nein! Ihr seid ja kein Schorn! Das war ein Brud! Der war ein Brud! Um geht's ab! Geil, ey! Es ist Marv. Da ist Party im Aufzug! Marv hat Dalu getötet! Das stimmt nicht! Das war kein Arschicht! Ich dachte, der hat wieder schossen. Bin ich allein mit den Traitern? Okay, ich töte jetzt alle. Krebs ist schon wieder Traitor. Das ist ja unglaublich. Okay, Krebs ist tot. Zeigt euch. Mieses Traitor-Puck. Ah, da ist einer. Ich muss weg. MJ und Kille-Kalle. Pits in Health. Das reicht für euch beide. Und das reicht für euch beide. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020